Was für eine wunderschöne Aussicht! Sonja Kraus gönnt sich eine kleine Auszeit im schönen Italien und verbringt ein paar Tage am Gardasee. Und ihre Fans lässt die 46-Jährige selbstverständlich daran teilhaben. Jetzt postet das ehemalige Model einige Videos auf ihrem Instagram-Profil und verdreht damit vor allem den Männern reihenweise den Kopf. Die Fernsehmoderatorin rekelt sich vor traumhafter Kulisse in einem rosafarbenen Bikini im Pool. Planschend und lachend winkt Sonja in die Kamera und scheint ihre freie Zeit sichtlich zu genießen. Dazu schreibt sie das süße Leben. Diese Auszeit hat sich Sonja aber auch wirklich verdient. Und die Fans lieben das Posting der 46-Jährigen. Uiuiui, eine Meerjungfrau im Pool. Wirklich paradiesisch und Wahnsinn ist das schön, sind nur einige der vielen begeisterten Reaktionen. Ja, bei diesem Anblick kann man in vielerlei Hinsicht neidisch werden. Die Flood von der Hinsicht